Und damit, guten Abend, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Runde. Letz' klein, schönes Online. Ja, hier sind wir bei einer kleinen nächtlichen Runde. Es ist jetzt inzwischen halb drei. Ich bin ziemlich hinterher mit den Aufnahmen, muss ich sagen. Diese Folge muss nämlich heute rauskommen. Und ich bin drauf und dran, andere Videos zu schneiden, an der App zu arbeiten und so weiter. Und ja, ich will nicht sagen, ich übernehme mich etwas stark. Ich habe gar kein Kopfhörer, ich wundere mich gerade so. Voll leise. Ja, ich übernehme mich vielleicht in den Ferien hier etwas stark. Alter, damit hätte ich jetzt nie gerechnet, ne? Dass noch irgendjemand andere, der mich kennt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, aber wir gehen trotzdem mal ganz klassisch in den Tresor. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt noch zwei Wochen Legendary. Und danach werden wir wie die armen Krüppel auf der Straße leben. Ungefähr. Aber dass ja gerade eh die... Boah, Alter. Dass ja eh gerade die Open Episodes gibt. 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 Ähm, wird das uns nicht so sehr stören, denke ich. Ich hoffe, das Licht gefällt euch. Ich habe hier eine neue, ähm, Mini-LED-Soft-Light. Was nicht so soft ist, sondern mehr ein Light ist. So ein kleines Video-Light. Ist eigentlich für den mobilen Gebrauch. Aber, da ich hier links keine große Softbox anbringen kann, werde ich die wahrscheinlich auch hier links verwenden. Äh. Bin nur kurz... Das ist es. Game's over. Step along, step along. Nothing to see. Get going before my good mood wears off. That means now. Äh, ich muss kurz noch. Kurz. Ich muss auch auf dein Handy gucken, wie spät es ist. 34, okay. Mhm. Einfach nur, weil... Weil, weil, weil... Ich die Folge nicht zu lang machen darf. Es wird hier ganz klatsch, es ist 20 Minuten Folge. Mehr wird dort nicht. Ihr seht ja eh, wie lang die Folge wird, aber... Mhm. Mensch. Kriegen wir immer noch Sachen, die wir nicht collected haben. Finde ich gut. So, zack, zack, zack. Oh. Wann haben wir das letzte Mal so auf die Fasso gekommen? Ach ja. Mhm, 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 mhm. Bei Brainiac. Im Weltall. Wisst ihr noch? Ist ihr noch damals? Gestern? Nee, vorgestern war die Folge. Ja, ich blick da noch durch. Aber ich überlege, ob ich heute nicht lieber einen Poké-Vlog raushau, weil ich den gerade fertig geschnitten habe. Achso, der kann nicht repairen. Achso, wir haben ja auch noch ein neues, Wayne Managala. Aber dann... Mh, da. Mh. Ich darf da gerade mal so rein. Sagen wir so. Das soll die Begründung für alles sein. Ich dachte echt, um die Uhrzeit komme ich hier rein. Und es kennt mich mal keine Sau. Weil irgendwelche Leute aus... Keine Ahnung. Kann ich machen, wenn du online bist. Kann ich machen, wenn du online bist. Das tut mir leid, Glitschmob. Wann bist du denn immer online? Ich bin ja immer unterschiedlich online, deswegen. Das ist echt Zauerei. Jiga. Ja, in meiner Liga ist noch Platz. Ich könnte dir helfen, SPs zu sammeln. Und ich gucke Roter Blitz gerne, wenn es nicht um Streit und alles geht. Findest du das eigentlich schlimm? Bist der Beste. Mit freundlichen Grüßen, Enforcer. Hab was dagelassen. Als Dankeschön für der Wies. Oh, ist ja voll lieb. Äh, nur mal kurz so. Ich hab gegen niemanden etwas, der Videos vom Roten Blitz guckt. Also, da kann jeder machen, was er will. Das ist ja wohl... Hallo? Hab ich hier grad irgendwo Cresio gelesen? Komm ich hier schon gar nicht mehr klar mit. Ich hab in der Videos einen empfinde, die lustig und interessant. Mir ist auch was auch gerne. Du tust dich bei deinen Videos widersprechen immer. Du hast gesagt, bei PvP-Videos... Also, ich schätze mal, der Blitz hat mir gerade geschrieben, wenn ich so die Grammatik wieder sehe. Wirklich? Das glaube ich wirklich. Du hast gesagt, bei PvP-Videos, wo du selber aufgenommen hast, sind Fake. Auch wo du in PvP-Videos mit Random gespielt hast, sind Fake. Auch wo du gegen Roter Blitz verloren hast, PvP. Hör auf, die ganzen DC Universe Online-Spieler und DC Universe Online-Youtuber lügen. Erklare mir auch, was Tankrolle bedeutet. Du spielst doch fünf Jahre lang, hast behauptet. Du, ich muss dir nicht erklären, was eine Tankrolle ist. Du kannst einfach mein erstes Video angucken von 2011. Dann weißt du selbst, wie lange ich spiele. Auch von 2012. Ich habe es nie behauptet. Es ist einfach so. Das ist... Das muss ich ja nicht behaupten. Es gibt Beweise dafür. Ähm, so, ähm... Aber es finde ich auch schön, dass der Blitz sich immer wieder neue Accounts erstellt, um den Krieg weiterzuführen. Immer wieder toll. Der sieht aus wie Superman. Der hieß ja Ragen, oder? Hä? Finde ich den jetzt nicht, oder was? Digga, was ist los? Okay. Let's try. Was? Hat dich seit einem Wort geedit. Das ist erst mal, dass ich dich sehe. Wie ihr die Bläschen kackt jetzt ab. Ah, wirklich? Und dann diese Uhrzeit. Wirklich, wir haben es jetzt gerade halb... Also, drei Viertel drei gleich. Das ist... Ab nochmal pervers. Warte kurz, Huntress. Something ist falsch. Jeder ist in der Mitte panisch. Wir müssen schnell sein. Okay. Kriegen wir hin. Ähm... Kommt der Kinder? Ich mag's hart. Ich hab sieben gedrückt. Untergroup. Passiert. Komm, Milady. So. Ooh, that's pickled. Okay. Okay, sehr schön. Gefällt mir auch schon mal. Man muss halt nur darauf achten, dass man nicht zu viele Gegner auf einmal schnappt. Ne? Okay, bei den Bossen, da werden wir dann eh Probleme haben. Oh. Die hier drüben. So, das gefällt mir doch. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Ne? Kennt jemand den Spruch? Wenn nicht, ist nicht so wild. Was ist denn da? Achso. Oh, mein Ohr. Ich hab mir grad die Haare gewaschen, extra nochmal. Damit ich nicht ganz so scheiße aussehen. Und jetzt seh ich aus, jetzt hab ich irgendwas im Ohr. Also, Wasser, denk ich mal. Nicht Sperma oder sonst was. Also, falls ihr das jetzt sacht ist. Ich weiß auch nicht, was ihr von mir denkt. Hier bin ich. Wisst ihr, manchmal ist es einfacher, so einen einzelnen Spacken anzugreifen. Ich mach ich mal über den hier, weil so komm ich besser ran. Das klappt auch gut, da klappt. Hätte ich ja nicht mit gerechnet. Habt mir doch die Fresse bekommen, aber war okay. Da kommt auch immer drauf an, wie gut mein Critical Damage gerade ist, ne? Ich weiß, die haben noch eine sehr hohe CR, deswegen krieg ich von denen noch ganz schön auf die Fresse, aber ist okay. Ich krieg auf die Fresse. Ich finde das Schild sehr cool sogar, muss ich sagen, wie ich gerade damit kämpfe. Gefällt mir der Stil. Das kann doch gar nicht sein. Es ist mitten in der Nacht. Und die Leute sind online und kennen mich. Ihr seid krank. Krank seid ihr. Dafür liebe ich euch. Dafür danke ich euch vor allem. Sonst hätte ich keinen Grund, nachts wach zu sitzen und DC zu spielen und daran Spaß zu haben. Wieder ein Video. Kenn ich doch gar nicht. Meint der jetzt mich? Oh, ja. Gar nicht so schlecht. Ist denn Rage so schlecht von Damage? Ach, wieder ein PvP-Video, ja? Hat er mich wieder gefakt? Ja, ist für mich kein Problem, weil man kann auf Wavetalks ja nachgucken, dass diese Accounts erstellt wurden. Oder meinetwegen in Zukunft auch auf kriso.de. Oder in der Companion-App, wenn sie fertig ist. Ach, ja. Hoppala, da habe ich gepennt. Der Junge hat auch echt Probleme langsam. Kriegen wir ihn. Ist doch so. Okay. Acht. Nein. Null. Aber ist noch okay. Okay. Alter, die Ivy kriegen wir auf jeden Fall schon mal down. Die Hutt! Don't move, Poison Ivy! Thanks for your help. We'll take it from here. We'd better head to the SCU and make sure Poison Ivy gets to her cell. With Catwoman and Harley on the loose, there's no guarantees. Hey, wirklich. Ich sehe keinen, der regt mich schon mal auf. Oh, er ist lootlocked. Oh, das tut mir leid. 142er Brust. Brauche ich wahrscheinlich am ehesten, ne? Ja. Ja. Ja, sehr schön. Ja. Nehme ich. Nee, haha, wer Halls of Hades ist, ne? Egal. Sehr schön. So. Jetzt habe ich natürlich keine Mod dabei. Egal. Das passt schon. Das passt schon! Warte mal, wenn ich in dieses Mini-Licht gucke, fühle ich mich wie blind. Mit diesen 100 LEDs. Dieses Mini-Licht ist heller als meine 8 Watt. Keine Ahnung, wie viel. 60 Watt. 60 Watt hat die, glaube ich. 8 Watt, 60. Keine Ahnung. Zumindest sind das hier 12 Watt oder so und dann juckt die nicht. Juckt die nicht. Wo waren die denn jetzt? Wo sind die gelandet? Wenn die die ganze Zeit so rumfliegen, kann die auch keiner mehr angreifen. Das ist, wo du rennst! Hiii! Ja, tickle! Au! Ui! Ei auf die Fresse bekommen. Huuu, der war knabbi. Tut mir ja mal leid, weil ich mit euch nicht laufen kann. Das ist hier... Ja, das passiert, das stimmt. Solange ich nur einmal down gehe und nicht irgendwie ständig ist Iden On. Und soweit ich gesehen habe, habe ich ja in der letzten oder vorhersten Folge noch gefragt, ob es eine... ob es wieder ein neuer Story-Opener ist. Wie Harleys heißt. Oh. Nein! Geht der Akku flöten? Von meiner Lampe? Ich glaube schon. Hören wir uns nicht. Ja, der Akku geht dafür. Verdammt! Oh, ich bin einfach nur zu heiß. Das kann auch sein. Dass er dann sagt, nein, jetzt möchte ich erstmal Pause. Ich möchte einfach nur so ein bisschen Beleuchtung von der Seite haben, weil ich kenne das. Ihr wisst ja, da ich in den letzten Wochen viele Probleme hatte mit Über- und Unterbeleuchtung. Unterbeleuchtung. Okay. Catwoman wird schwieriger, sagt er. Gibt es ein Heilfass? Warte, warte, weil ich jetzt ein Heilfass... was ist das? Ah, nein. Was ist er? Null. Aua! Aua! Dammit. Ah, wir hatten sie fast. Ich hole mal das Licht ein bisschen näher ran, dann funktioniert es ja genauso gut. Ist nur ein bisschen stärker, dann ein bisschen schattiger. Das war schwieriger. Ich bin halt auch echt low noch, ne? Für das Ding. Ah, ah. Ich... Ähm. Ah, ein Tipp von ihm. Okay, hinten ist was zum Aktivieren. Ich habe diesen. Willst du ihn erstmal noch rausholen? Ich bin hit! Oof! Oof! Ha! Das ist natürlich praktisch, wenn man den so rausziehen kann. Okay, das wurde anscheinend bei mir schon aktiviert. Ja, ich habe es schon mal aktiviert. Im Kampf. Okay, dann startest du den Kampf. Na, muss ich mir ein bisschen Auge drauf haben, ne? Ich stehe! Das kann man gar nicht aktivieren. Das war jetzt blöd. Ich hatte so sehr das Auge da drauf. Okay, anscheinend passiert das nicht oft genug. Also, dass man es aktivieren kann. Ich dachte, es kommt sofort, Kampfbeginn. Aktivieren, fertig. Eher nicht so. Die Folge ist schon wieder 14 lang. So lange wollte ich auch gar nicht machen. Oh, was drück ich denn? Ich drück auch den falschen Knopf. Okay, so lassen es nicht mehr. So lange verlassen. Okay. So lange ist das nicht mehr. Und das ist das nicht mehr. Und ich habe wieder mit mir in denочten Kammel-Kammel-Kammel-Kammel-Kammel-Kammel-Kammel-Kammel-Kammel-Kammel-Kammel-Kammel. Okay, last try. Respekt taugen. Respekt taugen. Was sind immer Respekt taugen? Es ist zu spät für mich gerade. Für Respekt taugen. Für irgendwas. Aufmachen. Guten Tag. Reicht noch drauf? Willst du direkt rein? Mh, mh. Mh, ja. Meine Dinger laden sich ja jetzt gleich noch auf. Okay, nein. Okay, nein. Verdammt, wo sind wir denn so das? Das ist dann ja so das Kettel hergegangen. So eine Scheiße. Das ist... Ich habe den SCU. So, ja, okay, dann wäre es das für diese Folge, glaube ich. Auch wenn hier jetzt mal recht wenig passiert ist. Ähm, ja. Ich hoffe, das Licht hält noch für die nächsten paar Folgen. Ich glaube schon. Ähm, ja. Wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Die nächste Folge wird dann am Montag aufgenommen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Montag früh. Ähm, ja. Genau, dann laufe ich Montag früh nochmal ein paar Sachen und dann nehme ich die auf. Wer dabei sein will, kann mir ja mal Montag früh reingucken. Dann sehen wir uns. Bis denne. Sagt die Henne. Tschüss. Und die hier nicht vergessen. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.